Anfang der 20er Jahre entschied man sich bei Morris preisgünstige Sportwagen zu bauen und nannte dieses neue Unternehmen Morris Garage oder kurz MG. Insgesamt wurden von dem MG TC etwa 10.000 Stück gebaut. Mein Onkel war aktiver Motorradrennfahrer und schleppte mich oft mit zu Autorennen. Seitdem ist dieses Fahrzeug für mich ein Traumwagen. Der MG TC ist im Grunde genommen ein Vorkriegsfahrzeug, welches aber erst nach dem Kriege produziert wurde. Komfort sucht man hier vergeblich. Anders als bei heutigen Fahrzeugen muss man diesen Wagen wirklich verstehen, um ihn zu beherrschen. Es handelt sich hier um einen kleinen Sportwagen, der mit seinen 54,5 PS für damalige Verhältnisse stolzen 125 Stundenkilometer gerade für Einsteiger Fahrspaß garantiert. Ich bin Klaus Meerbach und das ist mein MG TC.